Guck mal, anscheinend läuft das schon so gut, dass er keine Außenwerbung braucht. Er braucht keine Werbung, der gar nicht. Er hat auch gesagt, scheiß auf das Video, sag ich bin jemand anders, weil ich hab die Werbung nicht nötig. War ich jetzt? Nein, Mann. Ganz kurz für Werbung Unterbrecher für den Sponsor unserer heutigen Folge, VPN Cyberguss. Warum das unter anderem für die Serien-Junkies unter euch, sehr interessant sein wird, erkläre ich euch gleich. VPN Cyberguss verschüsselt eure IP-Adresse. Das heißt, dass eure kompletten Daten durch den Tunnel geschickt werden. Und am Ende des Tages weiß niemand, wer ihr seid, was ihr macht, wo ihr seid. Man kann es einfach nicht wissen. So Unternehmen, Datenkranken, die eure Daten verwenden wollen, haben also keine Chance. Und für die Serien-Junkies, das heißt im Umkehrschluss auch, diese ganzen Länderrestriktionen, dass hier irgendwelche Serien, die in Amerika ausgestrahlt werden oder hier in Deutschland später kommen, nicht gucken können. Das ist auch passé. Das heißt, ihr könnt alles unten angucken. Twilight Zone, Nikita Shooter, habe ich jetzt selber nachgeguckt, übertrieben heftige Serie. Kann man alles reinflaschen, Formel 1 könnt ihr gucken, komplette Palette. VPN Cyberguss ist der Marktführer. 38 Millionen User, Trustpilot, die allerheftigste Bewertung. Also ihr holt euch wirklich die Nummer 1. Das Ganze kostet, wenn ihr meinen Link am Ende des Videos oder eine Videobeschreibung nehmt, 1,95 im Monat. Ihr könnt das dann noch auf sieben Geräten installieren. Das heißt, ihr könnt euch diese Kosten mit anderen Leuten teilen. Das ist also quasi geschenkt. Ihr kriegt noch obendrauf die ersten vier Monate gratis. Und das Ganze könnt ihr auf Apple laufen, auf Windows, auf dem Fernseher, überall könnt ihr das installieren. Und noch dazu kein Risiko. Ihr habt 45 Tage Geld zurück Garantie. Also man kann nichts falsch machen. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Döner Deutschlands. Heute am Start der gute... Wing D, Digga. Wing D ist am Start. Der Mann, der aussieht wie eine überreife Banane, Digga. Ja man, vor allem stellt er mich ins schlechte Licht, man. Er ist voll die Maschine, aber scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir haben Missionen heute trotzdem. Wir machen nämlich heute Special Missionen, weil viele haben sich das von euch gewünscht. Dodo geht undercover, den Döner holen. Ich gehe mit Kamera. Quasi ein Vergleich, wie gut machen die Döner, wenn einer einfach so reingeht. Ja, safe. Und auch noch schwarz, du weißt. Und auch noch schwarz, du weißt. Nein, Spaß, aber Freunde, oft ist es so, dass wenn wir jetzt irgendwo reingehen und mit Kamera irgendwie in einem Laden sind, dass sie dann das extra gut machen und sich extra viel Liebe geben. Aber das sollte eigentlich bei jedem Kunden genau gleich sein. Es muss immer fair sein, weil sonst ist ja die Wertung von irgendwas immer verfälscht, Digga. Und deswegen machen wir es heute undercover, Alter. So, ich habe eben Dodo einmal gefragt, nur so, weil es mich interessiert hat, wenn dich immer das mit einem N-Wort betitelt, wärst du wirklich schon ziemlich sauer sein, ne? Ja, safe, safe. Das ist halt einfach absolut krank beleidigend und die Geschichte ist halt auch scheiße. Also das Einzige, wo ich jetzt nicht so sage, ist cool, wenn das jetzt so unter uns, unter Kollegen oder so, und das jetzt einfach mal so auch Spaß ist, weil ich finde, man muss über sich selber lachen können, so, ja, habe ich kein Problem mit so, aber wenn das jetzt so, weiß ich, auf so einem Streit ist oder irgendjemand sagt das zu mir oder so, das ist halt scheiße. Du willst abgehen, ne? Digga, ja. Weißt du, wo ich nicht drauf klarkomme? Wenn mich jemand Weißbrot nennt. Echt dich? Digga, du warst gerade zu ernst, Digga. Ich denke, was ist denn hier los? Danke für eure Kommentare. Das war in den Kommentaren lustig. Da ist eine richtige Diskussion ausgebrochen, weil eigentlich, eine Partei für Merigrill, eine Partei für Toros und die eine Partei hat die andere verteilt. Ich blende mal die Kommentare ein. Genau. Und wir gucken, wir checken jetzt ab auch noch, was besser ist. Ja. Und ich habe auch noch Belohnung, es wird hier oben eingeblendet für den, der meinen bisherigen besten Döner toppt. Ihr kennt das Prinzip, hauten wir euren Döner in die Kommentare. Und du gehst undercover jetzt los. Safe. Wir sind jetzt hier am Start, hier sind fünf Dönerläden in der Reihe und das Navi hat ein bisschen eingekackt. Wir sind zum Ersten zum Glück. Wir sind wie die Dullis, wir wollen einen Undercover-Check machen. Wir gehen alle zusammen. Wir gehen mit einem. Also Dodo, du hältst dich bedeckt. Du hältst dich bedeckt hinter uns. Und du kommst dann so rein auf Undercover-Bass. Willkommen zurück auf Holles kulinarischer Reise durch Deutschland. Heute in Bremerhaven, Undercover, bei Meritz Stöner. Lecker, lecker. Bei Meritz Stöner werden nicht nur die Tomaten von Hand geschnitten, sondern auch die Chilis. Heiß. Geführt wird der Laden vom zukünftigen Bürgermeister Bremerhafens. Meritz. 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 Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. Oha, das ist ein richtiger Wagen hier. Er soll heftig sein. Er soll einfach heftig sein. Wir gucken mal eben. Der Dönerspieß geht gerade nicht. Also der Grill. Wir versuchen jetzt hinzukriegen. Guckt euch diesen Fleischspieß an. Der sieht echt anders aus. Du musst es hinkriegen mit dem. Sonst, ich kenne ein paar Elektriker. Armin, kannst du das reparieren? Natürlich nicht. Wir kommen in einer Stunde oder anderthalb wieder, gehen erst zu den Toros jetzt. Aber er hat Elektriker gerufen und es braucht einen Moment. weiter geht's. Nicht etwa im Töre, so wie Benjamin Blümchen sagen würde, sondern im Toros. Toros. In einem guten Dönerladen gehört der Chef hinter den Tresen. Dieser Chef geht sogar zur Arbeit mit zwei gebrochenen Händen. Doch was wäre dieser Chef ohne die Zwei-Mann-Armee? Ich meine, das Toros bietet zwar ein wunderschönes Ambiente. Doch die Frage aller Fragen lautet, wie wird es schmecken? Mega viel los hier. Toros Grill. Richtig was los. Hat ein bisschen Stil vom Griechen. Okay, guck mal, Leute. Wir haben, falls der Strom vom Kollegen Beric nicht geht, ne? Haben wir hier, die sagen, eigentlich sogar noch besser, sagen sie, ne? Aber es ist immer Geschmackssache. Alles Geschmackssache. Wo ist der? Dino Steak in der Ringstraße. Und die machen selber den Spieß auf. Alles selber. Okay, der Kollege wollte erst nicht, ne? Alles weg. Aber voll das Tier, ne? 2,05 Meter oder so. 2,06 Meter. 2,06. Heftig, man. Guckt euch die Maschine an. Dodo kommt gleich an der Cover-Basis. Wir drehen jetzt erst mal was. Das war dumm gesagt. Wir gehen jetzt rein. Wie ich eben schon meinte, das erinnert mich irgendwie an Griechen. Weil ich habe eben gesagt, es kommt irgendwie so griechisches Feeling hier rüber. Malaga, sagen die immer, die Griechen. Kennt ihr das? Jawohl. Malaga. Malaga. Ich werde gleich schön Döner bei euch essen, ne? Das ist selbstgemacht für Döner hier. Hast du selbstgemacht? Ich schwöre. Ehrlich? Der ist selbstgemacht? Das ist selbstgemacht. Ah, was ist das für Fleisch? Das ist Scheibenfleisch. Scheibenfleisch. Ja. Wer bereitet das zu? Chef hinten, ne? Boah, jetzt geht mein Herz auf. Also wenn ich das jetzt schon höre, selbstgemachtes Fleisch. Was für ein Fleisch ist das? Wisst ihr das? Das ist Kalffleisch. Kalffleisch, ne? Wie sagt man Japprak, nicht Japprak? Japprak. Japprak, ne? Natürlich Japprak. Naturer Döner. Geil, man. Organischer Döner. Ja? Bio? Ehrlich? Was ist mit Brot? Brot auch selber. Macht ihr auch selber? Immer selber gemacht. Ich muss lange immer suchen, bis ich einen Döner finde. So safe made wie bei euch. So vieles ist ja immer einkaufen. Schmeckt auch geil oft, ne? Aber da bin ich noch heißer drauf jetzt hier. So, ich habe jetzt nochmal den Chef. Fleisch habe ich schon gesehen. Brot, alles selbstgemacht, ne? Alles selbstgemacht. Das Fleisch, was ist das für Fleisch, was ihr benutzt? Selbstgemacht ist nur Kalbfleisch. Nur Kalbfleisch. Und Gewürze wahrscheinlich, ne? Gewürze und mit Joghurt mariniert. Okay, wie lange habt ihr den Laden hier schon? So 17 Jahre schon. War ihr vorhin Grieche drin? Nein. Nein. Auch Türkei war. Ah, okay. Auch Dönerladen, aber klein. Ich bin gespannt. Ich werde gleich erstmal testen. Danke dir, ne? Ich danke dir. Super. Ich werde jetzt erstmal nochmal den Salatresen inspizieren. Wir haben scharfe Soße. Ja. Wir haben Tzatziki Soße. Ja. Cocktail habt ihr auch, aber woanders, ne? In dieser Cocktail. Ah, okay. Nein. Ich nehme Scharfe und Tzatziki. Zwiebeln und Tomaten. Das war's. Zwiebeln und Tomaten, den ich brauche bei mir auf dem Döner. Dezent. Wisst ihr, wenn Fleisch, schnell mal gemacht, alles viel Aufwand. Ich will das Fleisch spüren. Ja. So, direkter Vergleich erstmal. Ich sage euch ehrlich. Der sieht haargenau gleich aus, ne? Da bin ich aber auch gespannt. Ich finde, der sieht optisch sehr gut aus. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus, ja? 100%ig. Also für die Bewertung machen wir anonym ins Handy, dass es anonym ist. Okay. Ja. Dass ich kenne, so einen Döner, ähnlichen Döner habe ich in Hamburg mal gegessen. Das Fleisch ist ähnlich wie Suppenfleisch, Rindersuppenfleisch. Suppenfleisch? Mhm. Für mich sieht es ein bisschen aus wie Güras von einem Griechen, Digga. Das hat für mich so... Hast du gehört, was ich vorhin gesagt habe? Sieht aus wie ein Griechen. Ehe? Nee, hab nicht gehört. Eigentlich im negativen Sinne, aber... Erster Eindruck würde ich sagen, die Soßen gefallen mir beide sehr gut. Mhm. Gerade Tzatziki ist auf so einer Joghurtbasis. Die scharfe Soße haut nicht rum. Die ist heftig. Tzatziki frisch, wie du gesagt hast. 100%. Ja. Das ist so ein Brot. Finde ich nicht so geil. Finde auch, ein bisschen zu präsent. Es ist fast wie so ein Schwamm um den Döner. Man muss sich konzentrieren, das andere durchzuschmecken. Ich finde auch, er ist zu... Zu allen nimmt er zu viel... Nicht nur Präsenz vom Geschmack, es ist einfach von der Mengen aufteil. Du hast sehr viel Brot im Mund. Nicht falsch verstehen. Es ist noch nicht, wie ich finde, noch nicht schlecht. Aber das wäre was, um dem Döner noch mal ein bisschen Kusch zu geben. Dünneres Brot einmal, ne? Ja. Wir gehen jetzt erstmal weiter zum nächsten Döner. Dann sehen wir uns zu der Bewertung hier wieder an Ordnung, Chef. Krass, wir sind jetzt beim nächsten Laden. Es ist wieder ein Imbisswagen. Heftig. Und das soll halt... Wir mussten jetzt... Bisher hat der Typ den Grill noch nicht zum Laufen gebracht. Wir müssen jetzt zu dem Tipp von den anderen, weil die meinen ja sogar, der ist angeblich noch besser. Ich weiß es nicht. Dinos Döner ist das. Die Sonne über den Dächern Bremer Hafens geht langsam unter. Doch was ist das? Zwei Männer, die in Richtung eines Dönerladens laufen und dabei herzlich lachen. Das können nur Foodblogger sein. Doch die beiden sind nicht hergekommen, um zu lachen. Sie sind hergekommen, um Dinos Döner zu testen. Seid gespannt auf das saftig knaftige Urteil der beiden. Dinos Döner Warte mal. Wie sollen wir das jetzt machen? Soll ich jetzt, bin ich wieder an der Kamer unterwegs oder was? Scheiße. Oh nein. Wir haben wieder verkackt. Okay, irgendwas wird sich heute dabei gedacht haben, Digga, und dann einfach verkackt. Aber Achmed ist doch schon direkt vom Laden packt. Wie sollen wir an der Kamer kommen? Warum ist das denn? Achmed ist schon, ohne Scheiß. Achmed, Bruder, was ist denn? Einmal mitdenken, weißt du? So, wir haben hier direkt den Chef am Start. Moin, grüß dich. Moin. Wie heißt du? Dino. Ach, das ist auch Dino? Aber das ist dein Spitzname. Das ist mein Spitzname, ja. Deswegen heißt es auch Dino Steak Döner. Ich hab da den Tipp eben von ein paar Jungs bekommen, die sagen, du hast einen Steak Döner. Ja, genau. Machst du den selber oder bestellst du den, sei ehrlich? Ich lass ihn machen. Du lässt ihn machen? Genau, nach meiner Rezeptur. Okay, okay. Also das ist meine Rezeptur. Ich lege das Fleisch ein, ich schicke ihn zu der Firma und die Firma spießt das auf den Dich. Ach, du legst das selber ein? Ja, natürlich. Das ist meine eigene Marinade. Aber es ist quasi alles vorbereitet, du schickst es nur hin? Ich schicke das nur hin. Wöchentlich das Fleisch wird mariniert. Das wird von der Firma abgeholt. Die erste Ladung wird zu mir gebracht und danach die andere Ladung mitgenommen. Ist das von Dino der Laden? Ach so, der Besitzer heißt Dino. Ja, aber der Ladner ist auch Dinos. Ach so. Ja, der ist auch Dinos. Guck mal, anscheinend läuft der schon so gut, dass er keine Außenwerbung braucht. Der braucht keine Werbung mehr gar nicht. Er hat auch gesagt, scheiß auf das Video, sach ich bin jemand anders, weil ich hab die Werbung nicht nötig. War ich jetzt? Nein, Mann. Wir haben hier nochmal ein paar Augenzeugen. Der Döner hier soll der Beste sein. Der ist aller 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 Beste. Ja? Wie könnt ihr den Geschmack beschreiben? Super. Ja? Wenn ihr den Geschmack beschreiben könntet, so von 1 bis 10, was könnt ihr dir sagen? Auf der Skala 1. Ja? Und wie? Also von 1 bis 10 auf 1. Ja. Also perfekt. Okay. Dino, jetzt hast du alles eingemacht, ne? Ja. Ich bewerte deinen Döner gleich. Du musst dich dieser Challenge natürlich stellen, ne? Ich bewerte von 1 bis 10. Was macht dein Döner aus, wenn du es so auch mal sagen kannst? Also mein Döner ist aus, sag ich mal, Kalb, der nicht älter ist als zwölf Monate. Ja? Außerdem ist das aus Steakbereich. Das ist also nicht der Hüfte, sag ich mal, die Hinterkeule. Das ist eher so an dem Rückenteil, wo der Steak hergestellt wird. Von diesem Bereich ist das das Fleisch. Okay. Deswegen heißt das auch Steakdöner, ne? Okay. Das ist auch, sag ich mal, in Bremerhaven ist das Einzige. Du hast ganz normal scharfe Soße, hast du? Scharfe Soße, Tzatziki, das ist Paprika. Das ist Paprika. Aber ich hab noch separat noch Cocktailsoße, Chow-Chain-Soße, Kung-Fu-Soße. Ach, du hast noch ganz viele. Endliche Sachen hab ich selber zurückgestellt, noch gelernter Koch. Deswegen hab ich auch noch separat noch 3 andere Soßen. Sag mir mal, du hättest die Chance, deinen Top-Döner zu präsentieren. Mit welcher Soße würdest du ihn geben? Also ich würde ihn lieber mit Kung-Fu-Soße nehmen. Mit Kung-Fu-Soße, okay. Genau. Was für eine Kung-Fu-Soße? Ich sag nur ein paar Sachen, sag ich nur. Da ist ein bisschen Mayonnaise drin und Knopf-Obsil. Okay, okay. Und da du gutes Fleisch hast, nehmen wir, glaube ich, nur Zwiebeln und Tomaten wieder dodo oder willst du mir mehr? Nee, ziemlich schmack. Das sieht schon richtig aus. Also etwa so. Das Fleisch sieht so richtig aus. Heftig saftig zugleich cross. Das will man. Cross außen saftig von Endino. Der sieht so heftig aus, Mann. Digga, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Dünner Brot erinnert mich ein bisschen an Burger. Ein Burgerbrot. Ja. Das ist immer Geschmackssache. Der eine findet den besser, der andere den. Für mich kann ich da schon sagen, das ist schon heftig. Das ist ganz klar besser. Das muss man einfach schon sagen. Das merkt man auch an unserer Reaktion. Ganz schönes Leppel. Interessant auch hier. Das Brot ist auch dick, aber ich finde nicht so präsent und nicht so einnehmend wie beim anderen Döner. Weil das Fleisch saftiger ist. Digga, und dadurch, dass das Fleisch saftig ist und diese doppelte Textur von Saftigkeit und Knusprigkeit hat, kannst du auch dickeres Brot verwenden. Wir beide ergänzen uns perfekt, Mann. Und da ist auch leichte Schärfe drin. Man sieht auch in der Soße ein bisschen Chiliflocken noch. Jetzt können wir auch zur Soße durch. Eine Sportlichkeit, die ich fast an Bonnstern erinnert. Aber ich weiß nicht welcher. Ich kenne diesen Geschmack, Digga, ich weiß. Das sind diese Bonbons, die in diesen Plastik eingewickelt sind und dann haben die immer den Geschmack als Obstsorte oben drauf gemalt, Digga. Ja. Du bist ein Genie. Ich danke dir, Mann. Kein Ding, Mann. Du musst als Backup in jedes Video von mir. Ich packe auf jeden Fall eins von meiner Frau an. Ich packe einmal bitte, ob ob das Objektiv noch sauber ist. Ich sehe nichts tatsächlich. Okay. Hört mal. Die Aufnahme war zu geil. Wie so ein Frätzchen, Digga. Am Maul, ey. Lustig. Wir haben jetzt hier den Cousin von den Dinos. Aber er sagt selber, der Meri ist noch besser. Für mich der beste Döner in Deutschland. Und ich war schon überall. Ich habe überall Cousins. Echt, echt? Auf jeden Fall. Dinos ist krass, aber Meri bombt alles weg. Da brauchst du nicht mal Soße nix. Das Fleisch alleine reicht. Aber du diskst deinen Cousin gerade, ne? Ein bisschen. Ja, Bruder. Was soll man machen? Wir fahren jetzt noch mal zu dem letzten Döner. Wir möchten dann noch eine Undercover-Aufnahme. Ja, eigentlich müssen wir es hinkriegen. Aber dann geht auch nicht gleich da wieder hin und sagt, ja Dodo, was machen wir denn jetzt? Ja, Mann. Hast du es mit Fleck? Ja, Mann. Achso, er sagt eben, er hat meinen Zorn in den Augen gesehen, als Dodo den Bonche-Geschmack rausgefällt hat bei Dinos. Aber ich muss sagen, ich habe es eben gesagt, es ist wie ein Trainerteam bei einem Spiel analysieren. Das konnte man allein nicht. Weil Dodo wäre ja auch ohne mich nicht auf den Bonche rauf gekommen. So ist das. Und dann habe ich ihn wiederum gebracht. Vorlage gemacht und ich habe es voll endet. Man braucht zwei, wir ergänzen uns, Dodo. So sieht es aus, Digger. Hast du kurz? Ja. Er hätte gemacht! Er hätte gemacht! Er hätte es nicht gemacht! Also, wir haben es hingekriegt, jetzt sind wir auch ein paar Meter weiter weg. Jetzt kommt der Merrick-Döner, der Cousin ja eben, der von dem Typen kam, der da war. Meint ihr ja, der Merrick-Döner ist besser als der Döner von seinem Besuch? Familienzusammenhalt ist da. Also, Dodo, du gehst diesmal, bevor er irgendwas von uns sieht, gehst du hin, bestellst den Döner, kommst her. Ja, machen wir. Wir sehen uns gleich, Bruder. Okay, da ist Dodo, ein Mann, eine Mission, guckt euch den Koloss an. Wir haben eigentlich nur die Zeit vertrödelt, um da jetzt hinzufahren. Und der Döner, sag ich vorhin, hab ich am Spieß gesehen, ganz andere Liga. Döner von der Optik aus. Und der Dönerspieß hab ich so noch nicht gesehen. So Leute, das ist jetzt der normale Döner, so ganz, ganz Standard, Undercover-mäßig Reingang. Also, du musst ihn so jetzt lassen, wirklich, wir wollen direkt einen Vergleich, ne? Safe. Wir haben jetzt den Chef am Start, du hast den Grill zum Laufen gebracht, ne? Ja. Alle schwärmen von deinem Fleisch, hier in dem Laden. Die sagen, das Fleisch ist das Heftigste. Was machst du für ein Fleisch da rein? Was ist das für ein Fleisch? Das ist nur Kraftfleisch. Was für Soßen hast du? Selbstgemacht. Ich schaffe Soße, ne? Oh. Das hier ist selbstgemacht, ne? Oh, das sieht richtig, guckt euch das mal an, das sieht ganz anders aus. So hab ich's noch nicht gesehen. Okay, ich weiß schon genau, wie ich meinen Döner nehme. Guck mal, auch hier der Salat, ganz anders. Ja, es gäb ich den Salat, ist das, ne? Und noch mit Peperoni drin auch, ne? Ja. Einmal schon mal der direkte Vergleich von der Optik, ne? Von der Optik her? Ich schwör's dir, er hat sein schöner gemacht. Ja, meiner sieht besser aus, aber ich hab nicht mehr Fleisch oder so. Ich glaube aber ehrlich, meiner sieht nur besser aus, weil... Ich hab dieses Eisbergsalat noch drin. Ah, okay. Ich glaube, so vom Ding her, du hast die Tomaten an der Seite. Meiner sieht ein bisschen besser aus, aber das würde ich jetzt nicht so erwähnten. Du hast zumindest auch sehr viel Fleisch drin, ne? Ja, das stimmt, ja, ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Prost. Ganz zartes Fleisch. Bei dir wird anders jetzt sein, weil da müssen wir Dodo ein bisschen rauslassen. Vielleicht teilen wir uns auch den Döner hier. Ich sag aber ganz ehrlich, wie es ist. Es ist die Bremer Hafenkrankheit. Die haben einfach scheiß Brot, Alter. Es ist wieder so fettes Brot, man. So heftiges Fleisch, das Brot einfach wie ein Weißbrot. Weiß ich nicht, warum? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss mich aus der Wertung ein bisschen rausnehmen, weil wenn der kalt ist, ist es schwerer, die Geschmäcker zu schmecken. Das ist dann ganz anders. Also wir werden jetzt hier, ich werde gerne noch aufessen, wir springen jetzt zur Bewertung vom ersten Laden, ballern das alles einmal durch und sind uns zum Schluss bei der Bewertung von diesem Döner. Die haben das Fleisch und den ganzen Döner insgesamt nochmal nachgewürzt, also schön gesalzen. Das finde ich immer sehr, sehr gut, macht nicht jeder Döner. Gemüse war frisch, sehr schön knackig, so muss sein. Die Soßen waren sehr, sehr gut, haben mir sehr gut gefallen. Gerade weil Tzatziki nicht so fettig war und so frisch geschmeckt hat. Das hat sehr, sehr gut mit dem Döner harmoniert. Jetzt komme ich aber zu dem Negativen. Das Fleisch. Warum? Es ist zu trocken, das macht es ein bisschen anstrengend, den Döner zu essen. Für meinen Geschmack auch ein bisschen Döner geschnitten, sodass es halt so ein bisschen mehr Döner-Feeling bekommt. So hat es für mich ein bisschen Pita-Feeling. Und Pita ist genau das richtige Stichwort, auch mit dem Brot. Das hätte für mich A, Döner sein müssen und B, auf jeden Fall knuspriger. Schmeckt trotzdem lecker, geschmacklich das Fleisch sehr gut. Aber es sind trotzdem die Sachen, die es für mich halt nicht zu Zähnen bringen. So, also um euch mein Urteil jetzt nochmal zu geben. Ich würdige die Mission, das Ganze selber zu machen und da schmeckt man. Für mich ist da Liebe drin. Auch wenn ich dir recht gebe, ich habe besseres Fleisch schon gegessen. Besser von der Zusammensetzung, alles. Aber selbstgemacht, da schmeckt man. Und ich schmecke einen deutlichen Unterschied zu standardbestellten Fleisch. Für mich ist das kein Standarddöner mehr. Der ist schon da drüber. Einfach auch Brot selbstgemacht, alles. Und das ist Liebe, die schmecke ich da drin. Döner ist immer ein Gesamtkunstwert, wenn er perfekt ist. Da sind Kleinigkeiten manchmal, die dafür langen, einfach nicht mehr Punkte zu geben. Und das Brot hat zu viel Präsenz eingenommen. Das Fleisch war halt, geht einfach von der Geschmacksrichtung noch besser, habe ich noch heftiger gesehen. Aber für mich ist einfach das Gesamtding, auch die Soße sehr lecker. Wo ich sage, ich esse selten so einen guten Döner. Und hier würdest du auch empfehlen, essen gehen, ne? Also wenn ich hier bin, mein Privat, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, ja. Also, bist du bereit oder was? Ja. Okay, dann halten wir mal unsere Benotung in die Kamera. Mein professionelles Urteil, ich habe dir 8,1 von 10 Punkten gegeben. Kann man zufrieden sein, ne? Ich bist böse. Ich habe gesagt immer, weil man sucht ja auch, es hört sich dann blöd, aber man muss natürlich auch Sachen sagen, so Verbesserungsvorschläge immer, ne? Top Döner, aber ich hätte das Brot, fand ich ein bisschen zu präsent. Ich hätte ein bisschen dünner noch das Brot, ja. Das war so der Hauptkritikpunkt von mir, so, ne? War halt nicht noch besser, aber war sehr lecker. Danke dir. Gerne. Und wir haben auch noch, habe ich dir gar nicht erzählt, wir haben ein Experiment gemacht, wir haben einen Kollegen reingeschickt, er hat ohne Bestell zu sagen Döner geholt und ihr habt genau so gemacht wie meinen. Es sah genau gleich aus. Ja, schön. Ja, vielen Dank nochmal, ne? Ich danke dir. So, wir sind jetzt zurück hier nochmal bei Dinos Dönerbewertung. Also, ich werde einen Satz mal einfach für uns sprechen. Ich glaube, wir sind uns beide sicher, das Fleisch sehr heftig da, ne? Ja, egal. Also, ich muss mich sehr anstrengen, mich zu erinnern, wo ich so krasses Fleisch gegessen habe. Ähm, erinnert mich auch gut an diesen Kotolan Döner. Hast du, glaube ich, die auch schon mal gesagt? Ja. Der hat auch sehr geiles Fleisch gemacht. Aber, Digga, gute Qualität, sehr geil. Flussprich, saftig. Also, ich finde, weshalb ich nicht noch besser gegeben habe, Soße, okay, kann man ändern. Habe ich jetzt auch nicht viel abgezogen. War lecker, aber nicht so hundertprozentig, mein Ding. Da wäre ich eher dann doch auf Basic. Denn lieber doch tatsächlich scharfe Soße. Ich wusste ja auch nicht, wie sie war, weil ich probiere gern mal was anderes, aber dafür war sie mir zu speziell. Weil es wusste ihr immer speziell und irgendwie fancy, oder wie man sagt so, ne? Ja, ja. Und für mich war das Brot lecker, aber es war nicht Endgegner. Deshalb, da hätte man noch einiges raus und konnte die zwei Punkte weg und es hätte noch besser bei mir abgeschnitten. Bei mir ist es ohne Scheiß eins zu eins genauso. Brot ist mir wieder zu dick. Ich weiß nicht, was hier die Bremerhavener Crew hier mit dicken Brot haben. Ja, Digga, immer mit so dicken Brot, das fühle ich nicht so. Und die Soße halt. Wir haben das jetzt natürlich genommen, weil Dino gesagt hat, er würde uns den so machen, so. Aber da bin ich auch so. Also, wenn die Soße von diesem anderen Döner hier wäre, Digga, dann wären wir ganz da an der Zehn, weil das wäre schon krass. Denn wir hätten nur noch das Brot zu kritisieren. Ansonsten, Gemüse war auch frisch, fand ich gut. Ich zeig euch schon mal. Aber Holle weiß ja noch nicht. Sehr nah beieinander, wenn ich sage was. 8,9 Holger und 9,1 Dodo. Oh, Digga, krass. So, Dino. Top Döner, Mann. 8,9 von mir, von 10 und 9,1 von Dodo hast du gekriegt. Dankeschön. Also, wisst du Bescheid, bei Dino, da macht dir nichts falsch. Dieses Fleisch ist heftig, sag ich dir. Danke sehr. Ja, Mann. Dafür gebe ich mir wirklich Mühe. Ja, merk, Mann. Das ist eine andere Liga als die Standarddöner. Alle vorbeischauen Bremerhaft bei Dino. Ich danke dir für deine Action, dass wir auch hier drehen durften. So, jetzt sind wir bei der finalen Bewertung. Letzte Bewertung vom Merry Grill. So, Benotung zum letzten Döner. Dodo. Okay. Rein in die Kamera. Ich habe noch nicht gesehen, ich schwöre, er wird deutlich unter mir sein. Aber man muss sagen, er hat kalt gegessen, ne? Dodo 7,4 und, oh, Holger 8,4. Ja, Digga. Krass. Aber ich habe Rechnungen gemacht. Ich habe, oh, also, ich habe 6,5 zuerst gegeben. 3,9. 3,9 als du. 0,5 aber nochmal draufgepackt, weil ich gesagt, okay, Digga, ich habe ihn kalt gegessen. Es kann sein, dass es noch ein bisschen anders ist. Ja. Und deswegen bin ich auf 7,4 gekommen, weil ich, ich sag mal, so prediktet habe, weil ich den heiß gegessen hätte, hätte ich 7,4 gemacht. Okay, ich muss sagen, das Fleisch, das war richtig warm. Diese Soße war echt krank da drauf. Eine schöne Schärfe, noch dieses Frische mit den Chilis da drin. Das war auch mal, sag ich mal, dieses Essen, aber auf ganz andere Kreation. Hat wirklich überzeugt, das Fleisch, ganz warm und es war auch zart. Es war lecker. Es war top. Anders, ganz anders als Standard. Kein Standard mehr. Aber das Brot hat eingekackt. Der wäre deutlich besser als Brot, war völlig einfach, es war nicht gut, man. Also Brot kann man, selbst wenn man es einkauft, okay. Aber man kriegt deutliches, besseres Brot, nimmst du nur normales Fladenbrot. Einfach normales Fladenbrot. Ja. Was mich aber auch echt überrascht hat, ist halt so, wäre ganz unscheinbar, Alter. So eine kleine Imbissbude und kann so einen guten Döner machen. Wie gesagt, nehmen wir das mal jetzt mit der Bewertung von den Jungs. Kalter Döner kannst du schwer bewerten, aber im Großen und Ganzen waren wir uns überall schon recht einig. Ja. Und ich würde sagen, Dodo, in dem Sinne, danke fürs Dabeisein. Glück ihr, dass ihr dabei seid. Gerne. Mich würde freuen, wenn ihr dem Dodo ein Abo reinhauen würdet. Also ich verlinke ihr am Ende vom Video nochmal. Danke, danke. Hat auch geilen Food-Content. Also ich würde sagen, mit uns muss es safe normalen Videos kommen. Digger safe, ohne Scheiß, hundertprozentig. Hat mir auch übertrieben viel Spaß gemacht. Wenn euch das da draußen Spaß gemacht hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben. Da folgt Holle natürlich bei YouTube, bei Twitch, bei Instagram. Kuss, kuss, kuss. Wir packen es wieder nach Hamburg, oder? Ja man, wir fahren los. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ganz kleine Reminder noch mal am Ende des Videos. V-Pen-Cybergoes. An Nürnberg Internet unterwegs sein. Formel 1 gratis ballern. Serien, die ihr nicht in Deutschland angucken könnt, angucken. In der Videobeschreibung verlinkt oder am Ende des Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal und...